An Alis Stelle würde ich dasselbe tun. Ein Heer ist nur so stark wie sein schwächster Soldat. Friede sei mit dir, Basim. Friede sei auch mit dir, Ahmad. Wie war deine Reise? Ich bin Abu Jafar. Ach ja, entschuldige. Gibt es ein Problem? Noch nicht. Aber wir haben herausgefunden, dass Ali eine Abmachung mit Nur treffen wollte, um den Aufstand im Austausch für seine Hilfe zu versorgen. Er ordnest ihm ein Dorn im Auge, ja. Aber Ali hat es auf das Kalifat abgesehen. Er wird wollen, dass wir uns an die Abmachung halten. Hast du Neuigkeiten für uns? Unser Ziel heißt El-Khul. Er setzt Gefangene und Arbeiter für Grabungen um Bagdad ein. Ali und einige seiner Männer wurden gefangen und markiert. Mit Beshis Hilfe konnte ich sie befreien. Aber Ali wurde zur Befragung woanders hingebracht. Einer der Aufständischen zeigte mir sein Mahl. Wenn diese Liste der Gefangenen stimmt, wurde Ali zum Gefängnis beim Bebdimashk gebracht. Wo sind diese Aufständischen jetzt? Bei einer Wassermühle am nördlichen Stadtrand. Ich werde sie aufsuchen. Sehen, was ich über diese Abmachung erfahren kann. Du suchst nach Ali. Das Gefängnis am Bebdimashk ist das am besten bewachte Gefängnis Bagdads. Das wird eine Herausforderung, das kann ich dir sagen. Ich kundschafte voraus. Wir treffen uns beim Haupttor des Gefängnisses. Einen Augenblick, bevor du gehst. Ich habe ein paar nützliche Gedanken anzubieten. Ich bin ganz ohr. Als erstes ist hier eine Tafel mit Informationen, die wir von unseren Spitzeln in der Stadt erhalten. Wirf einen Blick darauf, wenn du Zeit hast. Dann gibt es in diesen Landen eine Fülle an Materialien, um deine Waffen zu verbessern. Der Schmied Johar, hier in der Nähe, könnte dir dabei helfen. Und schließlich bin ich bei Werkzeugverbesserungen für dich da. Bringe mehr Materialien und ich sehe, was ich tun kann. Ein Quell der Ideen, wie immer. Danke, Abu Jafar. Poullard ging voraus, um einen Weg ins Gefängnis am Bebdimashk zu finden. Ich sollte ihn suchen. Untertitelung des ZDF, 2020